Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie und des Mondes, herzlich willkommen zu meinem neuen Mondzyklus-Video Wandel und Neubeginn im Oktober. In diesem Mondzyklus geht es um unsere Beziehungen und um seelische Ablöseprozesse. Wir können einen Neubeginn in unserer Liebe erleben, aber wir müssen auch von etwas Altem loslassen. Auch das Thema mit dem Karma, das wir auf uns laden, wenn wir in unseren Beziehungen nicht respektvoll und verständnisvoll miteinander umgehen, steht weiterhin im Raum. Bevor wir einsteigen, noch mein Tipp für euch, wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, wendet euch jederzeit gerne an mich. Ihr findet mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon und die Infos dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. Und jetzt wollen wir in die Mondphasen schauen. Durch die Verschiebung der Mondmonate gegenüber den Sonnenmonaten beginnt jetzt jeder Mondzyklus gegen Ende des Vormonats. Deshalb beginnen wir mit dem Neumond am Samstag, den 28. September um 20.26 Uhr. Er steht in der Waage, das betont unsere Beziehungen und lässt uns nach Ausgleich und Gerechtigkeit streben. An diesem Tag bildet die Venus einen schönen Freundschaftsaspekt zu Jupiter. Deshalb ist dieser Neumond gut geeignet, um neue Vorhaben in unseren Beziehungen oder Freundschaften zu beginnen. Zum Beispiel, dass man sich regelmäßig zum Sport trifft oder gemeinsam etwas Kulturelles unternimmt oder auch Absprachen, wie man Aufgaben zu Hause gerecht aufteilt. Aber man sollte sich gleich zu Anfang über das einigen, was man vorhat, sonst kann es hinterher einen Gerangel um die Absprachen geben. Die besten Aspekte, um gute Vereinbarungen zu treffen, gibt es noch bis zum 4. Oktober. Wenn wir etwas tiefer in die Konstellationen schauen, sehen wir, dass der Neumond in der Waage eine Opposition zu Chiron im Widder bildet. Das weist darauf hin, dass für viele Paare tatsächlich auch Beziehungsarbeit ansteht. Sei es, dass man in der Beziehung nochmal das Ruder rumwerfen will, um wieder zueinander zu finden oder sei es, dass man Wege sucht, um sich in Freundschaft und Respekt zu trennen. Auch hier gilt es, gleich zum Neumond positive Impulse zu setzen und sich zu einigen, wie man damit in den nächsten Wochen oder Monaten umgehen will. Saturn steht immer noch in einer ganz engen Verbindung zum absteigenden Mondknoten. Das karmische Thema ist also noch nicht durch. Es gilt weiterhin, was ich schon beim letzten Mondzyklus gesagt habe, seelische Verletzungen, die in Partnerschaften entstehen, etwa weil ein Partner verlassen wurde und keine Chance hatte, die Sache zu einem ordentlichen Ende zu bringen, werden langfristig Folgen haben, die beide Beteiligten wieder einholen. Die kosmische Aufgabe ist also weiterhin, mit unseren Beziehungen achtsam und liebevoll umzugehen und auch bei einer Trennung für Respekt und Einvernehmen zu sorgen. Lilith und Neptun stehen in einer engen Konjunktion in den Fischen und verweisen auf ungewöhnliche spirituelle Ansätze. So können wir zum Beispiel, wenn wir unter einem Trennungstrauma leiden, die Hilfe einer Schamanin in Anspruch nehmen oder andere außergewöhnliche Wege gehen und dadurch spirituelle Heilung und auch einen Ausgleich des Karmas erreichen. In diesem Monat könnten für Menschen, die emotionale Verwüstungen angerichtet haben, die karmischen Folgen ihres Handels offen zutage treten, weil der Mond das Karma-Thema wiederholt aktiviert. Das sehen wir beim zunehmenden Mondviertel am Samstag, den 5. Oktober. Da steht der Mond im Steinbock und aktiviert die Karma-Konstellation mit Saturn und der Mondknotenachse und die Sonne bildet eine Spannung dazu, das ist dieses rote Dreieck hier. Dadurch entsteht eine sehr starke seelische Energie. Das ist wie ein kosmischer Sog, der uns zu den noch offenen Prozessen hinzieht. Vielleicht spüren wir jetzt das Bedürfnis, falls wir Schaden angerichtet haben, diesen wieder gut zu machen oder wenigstens beim Aufräumen mitzuhelfen. Dazu kommt noch, dass in diesen Tagen auch der Mars einen Spannungsaspekt zu Chiron bildet und sozusagen das Thema vom Vollmond mit der Beziehungsarbeit nochmal aufgreift. Dabei schenkt uns der Mars den Mut, sich darauf einzulassen, aber wir müssen sehr taktvoll vorgehen, damit es darüber nicht zum Streit kommt. Ich kenne ein sehr nettes Paar, das sich kürzlich getrennt hat. Beide hatten jedoch lange im Voraus für den Oktober einen Urlaub in Griechenland gebucht und beschlossen, dennoch als Freunde gemeinsam zu verreisen. Mit diesem Mondzyklus haben sie die Chance, ihren Prozess zu einem tiefen Verständnis und zur Heilung zu bringen und ihren Status von einer Partnerschaft in eine Freundschaft zu transformieren. Ich hoffe, es gelingt. Auf der praktischen Ebene zeigt außerdem der Aspekt, hier dieses Quadrat von der Sonne zu Saturn, dass zwischen dem Neumond und dem Vollmond, also zeitlich, von Neumond bis Vollmond, eine Neigung besteht, getroffene Vereinbarungen in Frage zu stellen oder dass man das Bedürfnis hat, Dinge neu zu bewerten und dass man vieles kritischer sieht als noch im September. Macht jedoch bitte nicht den Fehler, euren Partner oder auch Geschäftspartner für etwas zu kritisieren, was er nicht ändern kann. Das würde mit diesen Konstellationen zu einer großen Frustration führen. Nur Sachen, an denen man wirklich noch arbeiten kann und wo das auch sinnvoll ist, sollte man jetzt in Angriff nehmen, denn da besteht die Chance, zu einem Erfolgserlebnis zu kommen. Aber es bringt absolut nichts, Vereinbarungen, die eigentlich gut waren, wieder in Frage zu stellen. Außerdem liegen kreative Lösungen in der Luft. Zum Vollmond hin bauen sich Aspekte auf, die von vielen interessanten Geistesblitzen erzählen. Der Vollmond wird exakt am Sonntag, den 13. Oktober um 23.07 Uhr, also in der Nacht von Sonntag auf Montag, und zwar in den Zeichen Widder und Waage. In ihm stecken immer noch erhebliche Spannungen, denn Mond und Sonne bilden nun ein Quadrat zu Pluto. Das bedeutet, Frustrationen durch zu viel Kritik und zu wenig Wertschätzung in Beziehungen, aber auch in Jobsituationen können zu Trennungen oder auch zu einem Bruch führen, der dann nur schwer zu kitten ist. Mit diesen Pluto-Energien neigt man dann zu extremen Reaktionen, die natürlich durch die anhaltende karmische Energie auch wieder langfristig große Schäden anrichten können. Außerdem bildet die Venus in den Tagen bis zum Vollmond einen knisternden Aspekt zu Uranus, der die Liebes- und Flirt-Energie gewaltig steigern lässt. Das ist toll für Singles, die sich verlieben wollen, das sind sehr anregende Tage. Aber Venus-Uranus, das kann auch ein Flirt sein, der Schaden anrichtet, entweder weil einer schon gebunden ist oder weil man sehr spontan aus der Liebesaufregung heraus Dinge tut, die andere vor den Kopf stoßen. Also müssen wir auch im Oktober weiterhin sehr achtsam mit uns und unseren Lieben umgehen, denn der Kosmos wird uns vor Augen führen, welch enorme geistige Kräfte wir haben und wohin es führt, wenn wir diese Kräfte unachtsam oder destruktiv einsetzen. Zum Glück stehen jedoch Jupiter und Merkur günstig. Der Jupiter bildet harmonische Aspekte, ein Sextil zur Sonne, Trigon hier zum Mond und das ist eine ausgleichende Wirkung auf diese Spannung. Das heißt, mit Wohlwollen, Großzügigkeit und nicht zuletzt Humor lassen sich viele strittige Situationen rechtzeitig entschärfen, bevor sich einer der Beteiligten so sehr unter Druck gesetzt fühlt, dass er das Handtuch schmeißen will. Auch Merkur bildet günstige Aspekte, nämlich zu Neptun und Lilith und das wäre der spirituelle Weg, in dem man Situationen ganzheitlich betrachtet und durch eine empathische und vertiefte Wahrnehmung mitbekommt, was in den anderen vor sich geht und sich nicht nur von den eigenen Ego-Bedürfnissen leiten lässt. Auf seinem Weg zum abnehmenden Mondviertel am Montag, den 21. Oktober, wandert der Mond durch den Krebs und aktiviert erneut die Karma-Achse, so wie Saturn und Pluto. Das passiert am Sonntag zuvor, wodurch diese Tage nochmal spannungsgeladen sind. Doch wird der Mond dann gleichzeitig eingebunden in einige sehr schöne Harmonie-Aspekte, die übrigens dann auch Saturn und Pluto mit einbeziehen. Und insofern haben wir in diesen Tagen gute Chancen auf Versöhnung und Aussprachen. Gut möglich, dass sich dann heilende Kräfte zeigen, die von guten Gesprächen und liebevoller Zuwendung ausgehen. Wenn ihr heilend oder spirituell arbeitet, könnt ihr wahrscheinlich in diesem letzten Mondviertel wichtige Heilungszyklen zu einem guten Ende bringen. Das abnehmende Mondviertel beinhaltet ja immer auch die besondere Chance, von etwas loszulassen oder sich von Gegenständen zu trennen, die man nicht mehr braucht. In diesem Falle könnten das zum Beispiel Gefühle sein, von denen man sich nun liebevoll verabschieden kann, weil man spürt, dass sie ihren Zweck erfüllt haben. Das passt auch sehr gut zu dem Neumond im Skorpion, der am 28. Oktober um 4.38 Uhr in der Früh exakt wird. Der Skorpion ist das Zeichen der Stirb- und Werdeprozesse. Dieser Neumond läutet dann die magischen Tage rund um Halloween ein, das unter seinem ursprünglichen Namen Samhain eins der wichtigsten spirituellen Jahresfeste der alten Göttin ist. Dieses Fest gilt als Hexenneujahr und vermittelt das Thema der Wandlung. Etwas stirbt, damit etwas Neues werden kann, so wie wir es dann auch im November in der Natur erleben, wenn die Bäume die Blätter abwerfen und sich auf die Winterruhe vorbereiten. Weil dieser Neumond in Opposition zum Uranus steht, und das ist ja der Erneuerungsplanet, wird das Thema Wandel und Neubeginn dieses Jahr besonders verstärkt. Der Neumond lenkt die erneuernden Kräfte des Uranus ins Bewusstsein. Mehr zu diesem Neumond erfahrt ihr dann in meinem nächsten Video mit dem Mondzyklus im November. Das waren meine Gedanken zum Mondzyklus im Oktober. Es gibt noch mehr aktuelle Videos von mir und wenn ihr meinen Kanal abonniert und das Glöckchen oben rechts aktiviert, werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald ich neue Videos hochlade. Empfehlen möchte ich euch noch das lange Video mit den Konstellationen im Oktober für die zwölf Sternzeichen und die kosmische Schwingung für den Oktober. Mehr über die Karma-Konstellationen erfahrt ihr in dem Video Finde deine Heimat über den Mondknoten im Krebs. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.